Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig-Malsam-Durchgegruselt Staffel 3 mit SOMA. SOMA! Ja, wir sind hier zuletzt angekommen in Delta, in unfreiwilliger Weise. Ja. Und haben die Station erkundet, haben festgestellt, dass hier ein Typ namens Eska offenbar das Vau bewundert hat. Und sich selbst aus seine Augen rausgestiegen hat. Ja, und anscheinend auch andere damit irgendwie infiziert hat oder jemanden das reingespritzt hat. Ja, okay. Und ja, und dass halt die anderen hier gestorben sind. Und draußen ist aber nur noch einer, der halt denkt, er sei ein Mensch, aber in Wirklichkeit ist er halt eigentlich schon lange tot und ist ein Roboter. Ja. Der hier rumschwimmt. Und jetzt müssen wir halt irgendwie versuchen, einen Zeppelin zu finden. Oder hierher zu holen, um hier wieder wegzukommen. Ja, und was sind denn sämtliche Toiletten, die unter Wasser sind, keine Spülung haben, oder? Ja. Nur die Toiletten, die außerhalb vom Wasser sind, die haben eine Spülung. Null. Mhm. Da links ist aber noch ein Knopf, den du drücken kannst. Nimm der Pflanze. Äh, rechts meine ich. Da. Da. Ja. Bip. Das ist also WALL-E. Das ist WALL-E, ein K-8. Bull. Bull UH-3, Intelligenzkomplexes AN-5U. Klasse mittlerer Arbeiter. Fernlenk-Pilot unterstützt. Das ist der Kerl, der draußen herumschwimmt. Topa. Das haben wir auch schon mal gesehen. M-UH-9. Komplexes AN-7U. Klasse Mini-UH. Fernlenk-Pilot nicht von Öden. Quaria. Das ist dieses Weg, was uns gejagt hat. Intelligenz, einfaches A2-U. Forschungsflugzeug. Fernlenk-Pilot obligatorisch. Anmerkung. Das Fahrzeug verfügt nur über die Grundintelligenz. Zum optimalen Einsatz seiner Ausrüstung ist ein Pilot erforderlich. Aha. Okay, dann zu... Ne, halt, zurück. Ja. Ah, halt. Nachrichten. 12.08.20103. Von Kronstadt Teta. Delta-Evakuierung. Terry ist wohl überschlossen, dass du und deine Besatzung Teta am 14. evakuieren werdet. Ihr müsst euch um nichts kümmern und euch allen werden sofort nach... Und euch allen werden sofort nach eurer Ankunft neue Positionen zugeteilt. Ein bisschen weiter hinten einreihen müsst ihr euch aber natürlich schon. Das letzte, was wir brauchen, sind noch mehr Anführer. Kronsteed. Das betrifft deine Beerdigung. Fick dich, Kronstadt. Denn ich gehe nirgendwo hin. Du hast gar nicht die Befindnisse, um mich zu zwingen. Terry. Das sind nicht meine Befehle, du Knalltüter. Ich überlege sie dir bloß. Du willst also bleiben. Ich kann dir ein bisschen Zeit verschaffen, wenn du noch in deinem Schrothaufen bleiben möchtest. Aber deine Besatzung wird morgen abgezogen. Straski Teta. Evakuierung erfolgreich. Herr Akers. Mit Freude informieren Sie, dass Ihre Besatzung Teta sicher erreicht hat. Lassen Sie mich wissen, wann Sie aufbrechen können. Dann werden Ihnen einen Transporter schicken. Peter Straski. Teta Zentraler. Mhm. Straski Teta. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten, Herr Akers. Bitte zögern Sie nachster Fragen, falls Sie nach Teta gebracht werden. Möschter. Peter Straski. Teta Zentraler. Also der Akers war die ganze Zeit hier komplett alleine. Ja. Und wollte unbedingt bei seiner Station Delta bleiben. Während seinem Crew bereits weg ist. Und wahrscheinlich sind dadurch dann verrückt geworden. Und irgendwann sind wahrscheinlich hier welche wieder zurückgekommen, um mal zu gucken, was mit dem Akers los ist. Und dann hat der wahrscheinlich sie infiziert, beziehungsweise halt umgebracht und ist dann nach Teta aufgebrochen, um es alle anderen auch zu infizieren. Genau. Mit dem Wow. Mit diesem Wesen. Es ist schlimm, wie ich bei ganz vielen Sachen nur noch an Alligator-Tracks denken kann. Hä? Hier zum Beispiel eine schöne Zeile. Ich bin Nationaltrainer, so als wäre mein Name Peter und als wäre ich zusätzlich noch ein Nationaltrainer. Okay. Auf Lock zu greifen. Nun. Local address Akers, Akers, Akers. Terry Akers hat sein tausendstes Schachspiel gewonnen. Local acers, T-Akers, T-Akers vom 11.01.2014 bis zum 15.01.2014. Schach. Den er beschädigt. Ja, da würde ich auch gewinnen. Also hier kann man Schach spielen und... Der hat die ganze Zeit nur Schach gespielt? Wow. Nun. Na dann mal... Wo musst du hin? Du musst jetzt zu der Antenne. Also... Äh... Ne. Nach... Doch, genau. Du musst jetzt nach rechts. Genau. Da lang. Warte mal. Welche Nummern waren das jetzt hier noch? 040, glaube ich. 049 und 216. 049 und 216. So. Die Antenne ausrichten und hoffen, dass wir irgendwie mal Kontakt bekommen. Zappel. Irgendwann auch mal. Na. Ich sagte. Na dann nicht. Das Gelände sagte. Nö. Das Geländer sagt. So. Na dann einmal ausrichten. Also. Einfach direkt zum Game Strich gehen. Alles durchprobieren. Alle Kanäle. Nö. 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 049, okay. Dann einmal zurück. Jetzt wird viel lang das Sprintort. Mal gucken, ob wir jetzt ein Echo-Book kommen oder den auch ranrufen können. Erstmal Echo. Transportaktiv. Unspecified Cargo. Hört sich nicht gut an. Transport anfordern. Ankommend. Geht zurück. Zeppelin ist auf seinem Weg. Better get ready. Äh. Was heißt bereit machen? Oh Gott, da ist aber irgendwas an Bord. Also vielleicht. Weiß ich. Vielleicht ein bisschen. Keine Ahnung. Was machst du denn? Panisch im Kreisrennen war das. Schau mal hin, schau mal hin, schau mal hin. Kannst du einfach mal hin, das ist einfach mal hin. Da. Da ist er ja. Warte, schau ihn dir richtig an. Schau ihn dir richtig an. So was sehen. Wall-E, du hast dich bereit, ne? Halt den Schweißbrenner bereit. Brenn ihm die Augen weg von mir aus. Oder die Beine. Keine Ahnung. So. Ist da irgendwas dran? Öffnet sich jetzt einfach runter. Es hat sich geöffnet. Aber es scheint nichts auf uns zu zu bewegen. Also. Geh weit hin. Was ist los? Hey Wall-E! Hey Wall-E! Ich bin so schnell davon entfernt. Hm. Hm. Ja. Ach. Hey, lebt du noch? Ja. Calm down. We're safe. Oh, it's really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta. At least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course. Is this a Zeppelin? Appropriately, Nate. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sides, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Oh, why won't it work? Come on. Oh, the toolchip is bust. Isn't that part of the Omni tool? Look who's been paying attention. I have to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new toolchip and switch it. Care to point me in the direction of the closest toolchip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips. The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us a chip. They want us to... What do we do here? Irgendwelche... I feel awful. The robots only appear intelligent. They're much more like dogs than humans. I wouldn't hit a dog. Sorry. Poor choice of words. I don't want to hurt anything. Well, we need a toolchip or we're stuck here. Take the stun baton from the box, I opened, and hunt down a robot with a working toolchip. I think I have no choice. Or is this just one? Or is this just one? Or Wall-E? Or Wall-E? Or is this just a robot? Or is this just a robot? Is this just a robot? Aber guck mal, der ist ja, der ist ja offenbar wirklich, ähm, ach nee, es ist ja so ein, aber der ist ja offenbar überhaupt nicht mehr in der Welt hier richtig verankert. Er redet ja mit Leuten, die nicht mehr da sind, und guck, wie lieb Wally uns darauf hinweist. Töte ihn, töte ihn! Oh, come on. Sorry. Ja, deswegen. Du bringst ja den Menschen um. Ja, der Mensch ist doch schon tot. Naja, aber er hat doch, wir haben doch gerade drüber geredet, es ist ein Maschinen, aber... Aber dann guckt er doch jetzt den Rest seines Lebens hier am Meeresgrund rum. Und deswegen bringst du ihn jetzt rum? Vorhin hast du noch argumentiert, ja, die Frau ist ja da in diesem Viech drin, sie könnte ja, die kann man ja eh nicht mehr retten und nicht, das ist 100 Jahre später, die kann man schon noch retten. Ja, und hier ist jetzt plötzlich, der ist völlig neben sich, kriegt überhaupt nicht mehr mit, was passiert. Aber er ist doch, ihr bist doch lebendiger als die Frau gewesen. Die hat voll nett mit uns geredet. Ja, natürlich. Außerdem... Das war gerade merkwürdig. Außerdem ist das wichtig, um den... Hörst du mal auf, den Weg zuwerfen? Können wir den wieder aufheben? Sag mal. Ich bin nicht einverstanden mit unserem Helden. Was? Wie war das? Außerdem ist das wichtig, um den Standpunkt des Spiels zu verdeutlichen. Du hast alles gehalten umgebracht. Ich glaube, es hat nichts genutzt. Das hat jetzt auch der Hammer. Doch, da. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, sorry, Kollege, ne? Wir hätten auch Wall-E umbringen können, aber du bist wichtig. Aber Wall-E brauchen wir halt noch. Ja, okay. Aber wir magst du nur Wall-E. Jetzt komm, Wall-E, wir haben dein Leben verschont. Also sei jetzt schön weiter unser Freund. Jetzt fürchtest du uns, oder wie? Ja, richtig, siehst du? Komm, Wall-E. Wie Hunde halt, ne? Der zog ich von uns weg. Ja. Nee. Nee, der freut sich. Siehst du? Na, oder? Leucht er weg? Nee, der freut sich, dass er noch lebt. Nee. Oder... Der freut sich, dass er noch lebt. Er hat Angst vor uns. Der ist völlig in Ekstase. Der hat Angst. Ekstase nennt sich. Wahrscheinlich hätte ich auch den hier andritzeln können, dann auch ein Chip bekommen. Das ist, ne, das ist ja ein Mensch. Der hat ja nichts gebracht. Tja. So, Caswin. Wall-E verängstigt einen Menschen umgebracht. Danke, Simon. Geh' nicht schuld, okay? Wir brauchen wirklich diesen Chip. Wir wären hier drin. Das ist der Wall-E, der gar nicht gut kann. Ich meine, er war delusional, aber er seh'n sincere. Present. Ja, well, ich bin sicher, dass es gut ist. Was er wirklich so unterschiedlich von uns? Es ist nur, dass er in den Kopf beginnt. Ich meine, wirklich in den Kopf beginnt. Ich bin ein Robot. Haben wir das schon wiederholt? Ich glaube, ich habe es nicht, seitdem ich auf Epsilon wuchs. Ich habe es immer wiederholt. Mein Gehirn will nicht, dass ich es über das denken möchte. Es ist wirklich schwer, nicht über das denken. Ja. Könntest du vielleicht den Switch da drücken, damit wir gehen können? Oh, ja, sicher. Irgendwie finde ich sie einerseits sympathisch, andererseits ist sie echt eine Schlampe. So gemein. So, Kestorin, was machst du jetzt? Wall-E. Nee. Du hast Wall-E verschreckt? Wall-E wird mir später danken. Aber guck, so war das doch jetzt viel wirkungsvoller. Natürlich, ja. Wall-E hätte nichts gesagt. Er hätte nur gequietcht. Er hätte nur gequietcht, ja. Es ist wie ein wehrloses Kind zu töten, der Wall-E gewesen. Ja, jetzt kommt. Der hätte die Möglichkeit gehabt, sich zu wählen. Ja, natürlich. So, ja, Knopf drücken und dann ab hier. Uh. Ja, mach das mal, wenn wir oben irgendwo sind. Uh. Ja, wir fallen ja langsam und weich. Ja, und jetzt, was drücke ich? Na, Knoppen. Den Knopf. Knopf drücken. Thanks. Du kannst das Ding auch steuern, oder, Catherine? Okay, wir haben jetzt einen richtig coolen, coolen Ausflug hier. Ich muss gleich so heiern uns vorbei und bahne und so. Tschüss, Wall-E. Ne, wir werden ja nur da rein transportiert. Was, wir werden ja nicht mal transportiert. Theoretisch. Nein. Das trägt uns nur. Was ist denn das für ein dummes System? Boah, Alter, wie dunkel es ist. Och, nee. Ich werde mich hier raufsetzen. Ich werde halt Warnung. Was ist das denn? Schau nach oben. Hop. Würde ich ja gern. Wow. Okay, das ist aber nur das Ding. Das ist mein Appa. Ja, stimmt so ein bisschen. Oh, schau mal auf den Bildschirm. Da, links. Da. Hi. Hi. Du bist wirklich gut da hinten, Simon. Wir haben ein wenig Delta-Detour, aber wir sind wieder auf dem Weg. Ja. Wir sollten auf eine Plattform von Cargo auf der Seite des Datens. Dann gehen wir in den Weg, holen den Dumback, und gehen nach dem Abyss. 4,000 Meter. Das ist ein langes Weg. Wir müssen uns nicht überraschern, weil mit dem Dumback, die Art könnte sein in der Mariana Trenche sein. Das wird für irgendwas sein. Das ist gut. Und dann können wir anfangen, zu anderen Menschen, wenn sie sprechen, weil das ist, wie die Gespräche funktionieren. Was? Oh. Sorry. Ich kann nicht mehr überraschern, was wir haben. Es ist klar, dass wir nicht mehr Menschen sind. Aber dann, wie kann ich mich wie Simon? Wie kann ich mich wie alles? Ich meine, technisch, ich habe keine Ehrungen, keine Mouth. Christ, das ist ein wunderschön, zu denken. Ich meine, ich mache sounds. Ich sage immer Dinge. Du bist sicher. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. Uh-huh. Okay. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and then go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omnitul. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Uh-huh, yeah. The warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it's at the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? Die weiß da noch mehr. Die verrät uns noch nicht alles. Irgendwie weiß die noch mehr, was genau, was genau passiert ist mit WoW und so weiter. Vielleicht da überlang zu gehen, bringt nichts. Boom. So, damit sind wir quasi in der Hauptzentrale des ganzen Komplexes. Überweitung und so weiter, Theta. Woher wir jetzt schon wissen, dass da auch alles ziemlich im Arsch sein wird. Schöne blau verfallen da. Naja, wahrscheinlich dann hat dieser Aker vielleicht... Oh, da leuchte was rot. Da war glaube ich kein Robot da. Nee. So, so los. Schau mal hoch, so, so. Boah. Wow. Groß. Wir haben Atlantis entdeckt. So, äh, ist eine normale Felsformation. Vollkommen normal. Schon tausendmal gesehen. Ganz bestimmt. Oh, ist ja auch so eine Kiste. So, äh, sind Sie da? Wer ist das? Kathrin? Ich bin beschäftigt, arbeiten. Oh, ich wollte nur sagen, danke dir. Für was du getan hast. Keine Worte. Aber du solltest dir auf dich selbst sein. Ich meine, Strohmeier hat nicht so eine Art Art. Du kannst nur sagen, dass er sich selbst verletzt. Oh, ich einfach nicht. Ich bin nicht so eine Art. Du kannst nicht erwarten, dass die Leute zu kämpfen für dich all die Zeit. Du bist eine brillante Person, Kath. Du bist so smart, es macht meine Hände spinn. Aber manchmal, du einfach nur in der Zeit erscheint. Du bist so einfach. Du bist so einfach. Du bist so ein 5-jähriger. Du bist so schwer. Ich kann nur mehr so sein. Jeder würde wissen, wie ich so. Es ist nicht zu lange, wenn Leute überwinden. Strasky magst du. Ich magst du. Reed magst du. Strasky magst du. Ja, das ist wahr. Okay, also Kath war eigentlich mal ziemlich zurückhaltend und schüchtern und so. Ist sie zu uns aber nicht. Nee. Da werden die Fische wie von Motten angezogen, also wie Motten von Licht angezogen. Was blinkt denn hier? Data-Material-Label? Ist das auf? Kann jeder mich hören? Ja. Geh' an, Straub. Hör auf. Alle Mitglieder der Staffel. Das Kunstprojekt hat viele Argumenten in den letzten paar Monaten verletzt. Ich werde nicht schreien, dass ich verstehe, was die hell Serang gesprochen hat und wie seine Kontinuität zudem Sinn macht, sich zu töten. Für die fucking Liebe von Gott, oder was, was du denkst, ist wichtig. Und nicht zu töten. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Wally. Good? Beautiful, sir. Alright everyone, show's over. Get back to work. Straski, wake up Dr. Masters. We're bringing in Anchors. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. Christ. He's all butchered by Structure Shrapnel. We're about surging a number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Straski, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait. Where are Kumaraibi and the others? This is all we got. I guess it's still a delta. Emma? I can't do this on my own. Grab the other side. Straski, ready or not, we're coming in. Alright. See you soon. That was a mistake. Okay, so Anchors... ...wurde offenbar komplett... ...durchstrapnelisiert einmal. Ja, oder halt, der war komplett wahrscheinlich von dieser... ...wow, keinem Vorstand komplett besessen oder auch überwuchert oder so. Da hinten blinkt auch noch was rotet. Ach, da kommt der Wacht. Ich muss noch ein Wahl irgendwo eingebaut haben. Sie haben schon ein Hai eingebaut. Oder es ist schon dreimal so ein Wahl an uns vorbeigeschwommen. Wir haben immer gerade in die falsche Richtung geguckt. Das wäre natürlich auch möglich. Das wäre ziemlich doof. Hier stimmt auch nichts mehr darüber. Selbst der Hai ist weg. Ja, der durfte auch an uns nicht groß Interesse haben. Das ist, wo wir... ...und wenn man da zubeißen sollte, wäre so... ...hmmm... ...kannst du ein bisschen durchlassen? Das ist nicht sehr nett. Ich muss den Arm sonst irgendwie ersetzen. Das ist doof. Das scheint, als ob da irgendwas rein wollte. Was steht da? Ah, Shuttle Station. T.T.B. Na, das wird sich nicht öffnen. Na, guck mal, hier ist auch überall... ...geroll und... ...ne, das D. Ja, es ist das Viech, die Grenze. Wow. 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 Wow, wow. Wow, wow. Du bist aber auch überall. Ja. Also, dass du soweit gehst... Mensch, Mensch, Mensch. Na gut, dann müssen wir wohl rein jetzt. Ja. So, und wäre nicht so fröhlich... ...wau, wie weit man hüpfen kann, wenn man vorher gerannt ist. Sollte mich die ganze Zeit immer schnell fortbewegen. Einfach die ganze Zeit hüpfen. Sollte man auch schneller voran. Ja. So. Aber da reingehen werden wir beim nächsten Mal. Schon wieder soweit? Ja, ist schon wieder soweit. Äh, ja. Und das wird bestimmt spannend. Ich würde mal fast... Ach, guck mal da. Ach, was haben wir denn da noch? Ich würde fast darauf tippeln, dass wir A-Cast noch zu Gesicht bekommen werden. In der einen oder anderen Form, bestimmt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Gauton. Und euer Soramen. Ciao. 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 glanzcrit� мой5-OP. Bis zum nächsten Mal.